Paitis von Marsalya war ein griechischer Händler, Geograf und als Seefahrer einer der großen Entdecker der Antike. Zur selben Zeit als Alexander der Große im Osten bis an die Grenzen der damals in Europa bekannten Welt vordrang. Er forschte Paitis den Nordwesten Europas. Sein Reisebericht über den Ozean ist nicht erhalten. Die wenigen Fragmente des Buches kennt man von Zitaten anderer Autoren, die Paitis allerdings zum Teil als Lügner bezeichneten. Weil sie seine Reisen für unmöglich hielten oder sich selbst als Kenner der Materie profilieren wollten. Weitere Hinweise finden sich in den Werken antiker Astronomen wie etwa Hipparchos von Rhodos. Leben Über Paitis persönlichen Hintergrund ist wenig mehr bekannt, als dass er aus der vorkehrischen Kolonie Marsalya stammte und Händler war. Unklar ist auch, ob er nur eine oder gleich mehrere Reisen in den Norden unternahm und wie sein weiteres Leben nach seiner Rückkehr verlief. Mehr oder weniger sicher ist aber, dass sich die Ereignisse um 320 v. CHR Abspielten Paitis Reiseroute Paitis gelangte möglicherweise durch die Straße von Gibraltar. Die Annahme eines Zinn-Monopols Carthagos und einer Blockade der Meerenge zur Aufrechterhaltung dieses Monopols sind zweifelhaft. Entsprechende Mutmaßungen Paitis Schiff sei durch ein Kontrollsystem geschlüpft, daher ebenso. Die Textstellen zur Stützung der Blockadeteorie sind dürftig und erlauben auch andere Interpretationen. Die notwendigen Einrichtungen zum Unterhalt einer Blockadeflotte an der Straße von Gibraltar sind nicht nachgewiesen. Und Paitis Heimatstadt Marsalia verfügte mit dem Rhodanos selbst über einen erträglicheren Handelsweg für Zinn. Ebenso unklar ist, ob Paitis überhaupt die iberische Halbinsel umschifft hat. Da der entsprechende Hinweis bei Strabon, Paitis habe die Küsten Europas von Gades bis zum Taneis bereist, auch metaphorisch als von einem Ende Europas zum anderen, zu verstehen ist. Der englische Archäologe Barry Cunliffe nimmt sogar an, dass Paitis nicht mit einem eigenen Schiff reiste, sondern zunächst über Aude und Garon an die gallische Atlantikküste gelangte und von dort aus mit einheimischen Seefahrern seine Reise etappenweise fortsetzte, wozu auch Strabons Bemerkung, Paitis habe Britannien durchwandert, passen würde. Sein weiterer Reiseweg muss ihn über die Mündung der Leure, die Halbinsel Amorika, das zu Cornwall gehörende Kapillerion, die irische See und den Nordkanal bis zu den Hebriden geführt haben. Dies folgt aus den oben genannten Zitaten und breiten Gradangaben antiker Astronomen, die auf Sonnenstandsmessungen Paitis zurückgehen sollen und in etwa mit der Nordküste der Bretagne, der Inselmann und der Hebrideninsel Louise übereinstimmen. Paitis Beobachtungen Auch einige geografische und ethnografische Bemerkungen Paitis sind überliefert. So beobachtete er etwa das den Griechen unbekannte Phänomen von Ebbe und Flut und brachte es als erster richtig erweise mit den Mondphasen in Zusammenhang. Auf den britischen Inseln beobachtete er selbst, wie Zinn geschürft, geschmolzen und zu Barren geschmiedet wurde, die über einen Damm zur Insel Icetis transportiert wurden, von wo sie fremden Händlern weiterverkauft wurden. Bei Icetis könnte es sich der Beschreibung und der Lage der prähistorischen Zinnminen nach um Sankt Michaels Mount oder Mountbatten vor der Südküste Cornwalls gehandelt haben. Vom Meer aus vermaß Paitis die Küstenlänge Albions und errechnete dabei 42.500 Stadien. Ebenso bestimmte er mit Hilfe der unterschiedlichen Schattenlänge seiner Sonnenuhr die Entfernung von der Nordspitze Schottlands zum Heimathafen Marsalia und kam auf 1.700 Kilometer. Von Schottland aus segelte er weiter in nördlicher Richtung und bemerkte dabei, dass die Sommertage länger wurden. Thule und Abalus Endpunkt und weiterer Verlauf von Paitis Reise liegen im Dunkeln. Bei Strabon ist eine allgemeine Bemerkung über die Länder nahe der Frostzone, deren Bewohner Wasser, Hefe und Honig zu Hydromelli mischten, sich von Früchten und Milch ernährten und ihr Getreide in Speicherhäusern droschen. Überliefert an anderer Stelle wird als am weitesten entferntes Reiseziel Paitis die Insel Thule genannt. Die sechs Tagesfahrten nördlich Britanniens liegen solle. Je nachdem, ob man die beiden Zitate auf ein und denselben Ort bezieht oder die erste Bemerkung nur allgemeinen Charakter hat, könnte es sich bei Thule um Norwegen oder um Island handeln. Tacitus nahm später als weitere Möglichkeit an, dass die Shetland-Inseln gemeint seien. Dass Paitis in den hohen Norden gefahren ist, lässt sich allerdings nicht bezweifeln. Denn eine Tagesfahrt nördlich von Thule stieß er laut Solonius auf das träge und geronnene Meer und beobachtete somit als erster Grieche. Treibheiß. Ebenso berichtet er von Polarlicht und Mitternachtssonne, im Mittelmeer gänzlich unbekannten Erscheinungen. Hinterberichten von Phänomenen wie diesen vermuteten die Gelehrten der damaligen Zeit sowie der folgenden Jahrhunderte Fiktion. Während sie sich heute einfach erklären lassen. Unklar ist allerdings Paitis Erwähnung einer Meereslunge, die als metaphorische Beschreibung des galartigen Übergangsgebiets von Nebel, Wasser und Eismeer gedeutet worden ist. Von Thule aus segelte Paitis in südlicher Richtung und erreichte ein Estuan namens Metuonis, das sich über 6000 Stadien erstreckt habe und von dem Stamm der Giwons bewohnt sei. Eine Tagesfahrt entfernt habe die Insel Abalon gelegen, an deren Stränden Bernstein angespült werde. Das Paitis als erster Autor zutreffend als fossiles Baumharz beschrieb. Für Metuonis und Abalon wurden verschiedene Deutungen vorgetragen. Etwa der dänische Sund mit den dänischen Inseln oder die gesamte Wattenmeerküste von West- bis Nordfriesland mit Helgoland. Das allerdings zur fraglichen Zeit keinesfalls eine Tagesreise vor der Küste lag. Ebenso möglich ist, dass Paitis nicht selbst an der jüdischen Bernsteinküste oder in der Ostsee gewesen ist, sondern Erzählungen über eine mythische Toteninsel, vermengt mit einer möglichen Funktion Helgolands oder einer nordfriesischen Insel für den Bernsteinhandel, wiedergegeben hat. Rezeption Als Obsession einer Romanfigur ist Paitis im Motto Babendijk von Gustav Frenzen ein literarisches Motiv. Eine literarische Spekulation über Paitis letzte, nicht überlieferte, Lebensetappe und seinen Tod schuf Arno Schmidt 1949 mit seiner Erzählung Gardia. Eine literarische Form von Paitis Lebensgeschichte vermittelt Raoul Schrott's Roman Finisterre. Im Schwedischen wurde das Thema von Alf Henriksen aufgegriffen. Der Mondkrater Paitis ist seit 1935 nach ihm benannt.